Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren A-Bist-Z in der Kluft der Beschwörer. Wir sind bei Karma angekommen. Karma ist ein interessanter Champion, denn sie hat keine einzigartige Ultimate. Sie hat schon einzigartige Ultimate, aber sie hat keine Ulti wie die anderen Champions, sondern hat da echt was Spezielles. Sie hat auch jetzt schon auf Level 1, wie ihr seht, die Ultimate. Schade, der Gegner hat es gesehen. Ich will Money, ich kann sie gleich nochmal... Nice! Wir haben noch den Flash von Vega... Ist das ein Vega-Support? Ist das ein Vega-Support? Nice, gefällt mir. Ich habe auch die Ulti schon einmal eingesetzt. Die Ulti von Karma, vielleicht sage ich mal ganz kurz was zu diesem Game, ist folgendes. Sie verstärkt alle eure anderen Fähigkeiten, ähnlich wie Heimerdingers Ultimate. Das heißt, wenn ihr erst die Ulti drückt, wird eure Kuh stärker, wenn ihr die Kuh einsetzt. Oder die W oder die E, je nachdem, was ihr einsetzt. Karma ist, sage ich mal, zu 70% ein Supporter, vielleicht zu 30% ein Mitlehrer. Du kannst ja auch in der Mitte spielen. Und ich mag den Champion. Er ist jetzt momentan auch ziemlich am Kommen und falls jemand noch irgendwie so einen interessanten Supporter sucht, dann spielt Karma. Karma hat guten Poke, gute Unterstützungszauber und im Laufe dieses Gameplays werden wir auch dazu noch kommen. Ich benutze jetzt nicht meine Ulti für den Grump, weil der Ulti cooldown ist etwas lang. Ich habe dem Gragis mal geholfen. Lee Sin ist tot! Close! Und ich glaube, wenn die Sin auf FF1 stirbt, hat er igniten. Ich habe so einen Sneak... Oh, what? Und da geht es zurück? Ich schieße gerade die schlechtesten Q's, glaube ich, ever. So, diesmal hat er Q getroffen. Wenn wir voll in Level 2 sind, ich sollte eigentlich mal helfen, mit Jins zu pushen. In Level 2 sind wir definitiv stärker. Schade. Oh, what? Treffer. Wow, das ging aus der Map raus! Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Shit. Hätte ich den getroffen, wäre es ziemlich gut gewesen. Oh mein Gott, ich bin eigentlich... Jawoll. Ab Level 3 geht noch mehr. Ja. 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 Wiener ist noch da Vielleicht ist die Wayne wieder da Ich glaube aber wir gehen jetzt eh einkaufen Oh die Minions sind alle low, er muss nachladen, schafft es Ich glaube ich Recall mal Das reicht um mein Item zu verbessern Pink Ward und Tränke Alright, vielleicht geht es in der zweiten Runde ein bisschen besser mit den Skill Shots Aber ihr habt gesehen das ist Karma Also ihr wisst erstmal noch gar nicht was sie kann Deswegen gucken wir uns das ganze mal an Ihre passive Übersage Reduced Mantra's Cooldown by 2 seconds Echan Karma Damaged an enemy champion with one of her Abilities Jedes mal wenn ich also eine Fähigkeit Auf den Gegner mache die sie ihnen schadet Sprich Q oder W kann ich sie eigentlich nur benutzen Kriegt 2 Sekunden weniger Cooldown auf meinen Q Das heißt Mantra ist mein Ultimate Und Das ist sehr wichtig Denn mein Ulti Mit sehr entscheidenden Schaden Intimfalls Achso warte mal Vega ist bestimmt gar nicht da Er hat doch noch Heal? Er hat doch noch Heal? Kragers kommt Kragers kommt Der Jhin musste nachladen Und ich glaub der Der Gragers dachte auch dass es schon safe ist Bisschen unlucky Zweiter Support Karma engaged einfach Engaged mit ihrer W Erstmal die Q Die Qfähigkeit ist das hier Einfach ein Schuss nach vorne Der am Ende explodiert Und aufploppt Gut zum Waveclean Gut zum Poken Wenn ihr mit Link Karma spielt Skilt ihr das hoch Wenn ihr Support Karma spielt Skilt ihr das auch hoch Und im Prinzip War es das schon Wenn ihr eure Ulti drauf benutzt Sprich Ah ne 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 Das war es noch nicht Denn ihr könnt ja eure Ulti auf alles benutzen Das muss ich auch erklären Folgendermaßen Wenn ihr eure Ulti voll benutzt Dann macht eure Q erstmal deutlich mehr Schaden Plus Verlangsam Den Ne Verlangsam tut Okay Leute Ihr könnt mich komplett in die Tonne Ich weiß das alles aber ich sage es nicht Weil ich denke auch sowieso ihr kennt Karma Aber im ABC Das muss ich natürlich alles erklären Also Ihr schießt eure Q Ihr macht Damage Ihr macht äh Flächenschaden ein bisschen Da wo es aufkommt explodiert ist Und ihr verlangsamt die Q Wenn ihr eure Ulti vorher benutzt Macht es deutlich mehr Schaden Plus Die Fähigkeit Ähm Explodiert nach paar Sekunden nochmal Und macht nochmal mehr Schaden Das heißt Wenn der Gegner drin stehen bleibt Und deswegen meinte ich ist äh Jin ganz gut Weil Jin die Gegner ja Kurz auf einer Stelle Fesseln kann Wenn er die W trifft Habt ihr automatisch auch noch den nächsten Q Talon fehlt gerade Deswegen Spiel ich das erste Mal überhaupt fassi Versuch ich dir wie viel Damage es gemacht hat Leider hab ich den Gegner nicht mehr geroutet Schade muss ich sagen Ich glaube hier ist ein Ward drin Der wusste das Der wusste das Treffer Wir können engage Die muss wegultieren Die Frage ist wohin ultiert sie Okay Komm schon Flash oder so Ich will ein Assist Oh man Ich krieg keinen Assist mehr Okay Auch interessant Wayne kam nicht in die Wall von Dings von dem Leider ist mein Pinkwood Die Shibana ist immer noch hier Killing Wow Sie exe Killing Oh nein Der Damage ist an Und der letzte Schuss Hittet auch Es ist relativ knapp Jetzt hier schon wieder gewesen Ich weiß nicht ob der Wege jetzt flasht Um mich zu killen Ich bin bereit mein Schild auf mich zu casten Okay er ist dahinten Das ist eine interessante Synergie Normalerweise finde ich immer Jinslayen schwierig Aber der macht das gerade sehr gut Dritter Support Geht klar Die Willfähigkeit von Karma Das ist das womit ich immer engage Du läufst auf den Gegner drauf Machst dieses Band zwischen jemandem Auf den Gegner Und Nach zwei Sekunden wird er für eine Sekunde festgehalten Das ist ziemlich gut wenn ihr dann Den Gegner kurz fest haltet Und dann eure Queue schießt Dann trifft nämlich auch Der zweite Teil des Queues Das ist so die Damage Combo Sag ich mal Ich guck mal vielleicht kann ich in der Mitte was tun Damage Karma So spielt mein Midlane Karma Ich bin nach vorne geflasht Damit mir der Talon nicht entkommen kann Falls er selber wegflasht Damit das Band dran bleibt Ähnlich wie man es auch bei einer LeBlanc machen würde Shyvana fightet Bin ich mal da geblieben Mist Ah Kragas macht das schon Ab jetzt werde ich Support Items spawnen Echo macht das Solo Ich hab ihn gewarnt So die Wfähigkeit ist das Band Wie gesagt was ein Gegner snared Wenn ihr Vorher eure Ulti benutzt Aber das macht dann nicht keiner Die meisten benutzen die Ulti entweder für die Q oder für die E Muss man ganz ehrlich sagen Dann heilt ihr euch um einen Prozentsatz Der ziemlich gut ist glaube ich sogar 20% oder so Das müsste ich jetzt selber mal kurz nachlesen Achso Warum Talon Warum Ihr seht auch wie krass der Damage ist Obwohl ihr nur eine richtige Damage Fähigkeit habt Ok das stimmt nicht ganz viel Wir auch aber So eine Grundschadens Fähigkeit Ich geh mal hier Treffer Nicht betroffen Muss aufpassen Meine Tränke laufen Diese Kombo ist so krass Oh hat beide abgebrochen Nicht schlecht Nicht schlecht der Wege Oh ich konnte es nicht mehr dodgen Go Echo Er geht Ok Mit Armagen 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 Ok Cygers regelt Schuhe Dann brauchen wir erstmal die Schuhe aus denke ich mal Ok jetzt Richtung Sidestone So Sie heilt sich um 20% wenn sie die Wege mit der Ulti kombiniert Plus Das Rooten Das Festhalten geht 0,75 Sekunden Länge Ansonsten hat sie noch die Efähigkeit das schildet jemand Und gibt dem Lauftempo was ziemlich effektiv ist Das ist doch das ist doch Das ist ja Was ist das? Es ist ein Schade Nevermind So jetzt habe ich zum Beispiel meine Ulti einmal benutzt Stark Oh mein Gott Gut, dass ich da geblieben bin Gut, dass ich da geblieben bin Dadurch konnte ich den Kragix noch mal kurz schilden Musste den Kicker essen Irelia ist währenddessen am Pushen Mir gefällt Karma gerade Bin ich nicht zufrieden Ich bin zwar sehr greedy Aber mir gefällt Karma gerade Jetzt habe ich auch noch mein Ward Item Jetzt habe ich mein rotes Trinket Und wir können weiter gehen Ich habe sogar das Gefühl Dass ich den Midlane Talon killen kann Okay, da steht jetzt 0-4 Aber trotzdem Tiamat Baut jetzt den Jumus auf Irelia rastet hier komplett aus Gefällt mir Die Efähigkeit Ihr habt es gesehen Sie schildet mich Ihr habt es schon ein paar Mal gesehen Und gibt mir Lauftempo Wenn ich das Ganze mit der Ulti kombiniere Kriegen alle In einem bestimmten Kreis In diesem Radius Ein Schild und Lauftempo Das heißt ziemlich gut für Teamfighter Es wird ganz gerne mal benutzt Oh Das war es eigentlich schon von ihren Fähigkeiten Sagt er nach 15 Minuten Beide haben nun einen recht kurzen Snare Sowohl Karma als auch Jhin Deswegen Das ist jetzt nicht so safe Nice Er hat gehittet Das ist so eine coole Ultimate Nooo Ich hab nicht richtig gedodged Ich bin links und wieder rechts rein Shit Der Lee sagt bestimmt Wolf Ich sag auch Wolf Ich bin nur der Supporter Nächstes kann ich auf Auf Tankiness gehen eigentlich Ich könnte Lockup bauen Ich könnte die Maske bauen Tatsächlich sieht man ab und zu auf ihr die Maske Es ist ein gutes Midgame Item Karma Super Midgame Ansonsten ist der Poke später auch noch da Wenn ihr die Maske verbessert habt Kommen wir mal ganz schnell zu den Runes Und zu den Masteries Bei den Masteries ist das ihr geht 12-18-0 Zumindest als Midlane Karma Ich weiß nicht ob das auch auf Support Karma so ist Ich würde es schon so picken Thunderlords ist super auf ihr Und ich glaube nicht dass man da den Tanki Zweck nimmt Man könnte vielleicht Windspeakers Bessigen nehmen Und die Schilde skillen damit die größer sind Aber overall denke ich mal Geht man so quasi als Damage Support auf sie ein Und deswegen 12-18-0 kann man machen Schade dass der Echo da nicht bleiben will Alle sehr verhalten gerade Ihr seht auch wie aggressiv ich mit Karma spiele Okay Jawoll Schöne Echo-Helty Der Lee Sin ist nur noch am Roam Wird jetzt auch verrecken Irelia beendet das Spiel Zu den Ruhen ist es so Ihr habt einfach Fähigkeitsstärke Ihr habt Rüstung drinne Ihr habt Magiedurchdringungen in blau Und in den roten Und in den blauen Kann man sich immer noch entscheiden Cooler Reduction Magieresistenz Aber meistens Magieresistenz Das war jetzt echt krass Vormiluted 20 hat die Rehe beendet Ich habe noch gar nicht alles gesagt Letztendlich war das meiste gesagt Ihr könnt den Rest in der Beschreibung finden Zu dem Item Build Ist auch klar Wenn ihr in der Mitte spielt Morelos Der Kelch wäre im Übrigen auch nicht schlecht Auf Karma Weil ihr macht Damage Ihr schildet Also dieser neue Unholy Grail Aber ansonsten auch Standard Supporter Build Shyvana nice Player Was auch immer passiert ist Ihr habt es gar nicht richtig mitbekommen Ihr seht hier am Damage Als Supporter habt ihr super viel Damage zu bieten Ich finde das ist so ähnlich wie eine Morgana Karma ist so ähnlich wie eine Morgana Irgendwie Irgendwie Ich kann verstehen warum die Pros gerade Karma auspacken Die ist ein super cooler Supporter Gefällt mir wirklich sehr Leider kein S bekommen Als einziges in meinem Team Ich bin zu oft gestorben Einmal wahrscheinlich A Ja A plus sogar Wir sehen uns beim nächsten Mal Leute Hoffentlich hat es euch gefallen Das war Karma Machts gut Euer MrMyKipi